Moin Leute, wir haben vor kurzem eine kostenlose und frei verfügbare Testdatenbank von Mikro-Wechselrichtern ins Leben gerufen. Der Grund dafür war, dass es einfach unfassbar viel Müll zu kaufen gibt, teilweise auch sehr gefährliche Geräte, besonders unter den Discoutern. Aber das vielleicht größte Problem ist, dass die zuständigen Behörden, wer hätte es gedacht, praktisch nichts tun. Die Hersteller AP Systems und EcoFlow haben sich daraufhin direkt bei uns gemeldet und was da rauskam, war echt krass, fand ich. Ich erzähle euch heute alle Hintergründe, aber auch ein paar Influencer-Insights, warum ich mit einigen Herstellern auch gar nicht mehr zusammenarbeiten möchte. Das ist auch total interessant. Los geht's! Die krasseste Geschichte hat sich mit dem Hersteller EcoFlow ereignet. Ich habe letzte Woche ja den EcoFlow PowerStream im Test gehabt und das ist ein Balkonkraftwerk mit einer Powerstation als Akku. Und zwar eine super interessante Lösung, aber darum soll es heute nicht gehen. Wir haben den Wirkungsgrad getestet, da kamen 92,92% raus, also alles okay, aber auch die sogenannte Abschaltzeit. Was ist das? Naja, wenn zum Beispiel Stromausfall ist, dann muss der Wechselrichter die Erzeugung sofort einstellen und auch eine galvanische Trennung zum Netz realisieren. Das ist gar nicht so einfach. Da muss wirklich ein echter Schalter sein, damit da einfach Schicht ist. Das Ganze ist dazu da, um unser öffentliches Netz, aber auch die Menschen, die an dem Netz arbeiten, im Falle eines Stromausfalls zu schützen. Denn sonst würde der Wechselrichter ja möglicherweise einfach weiter einspeisen, obwohl das Netz eigentlich tot ist. Und die könnten sich auch gegenseitig noch interferieren und was weiß ich nicht was. Können viele unschöne Sachen passieren. Wie lange er dafür brauchen darf, dafür gibt es Regeln. Und in der kommenden Produktnorm werden 34 Volt nach 200 Millisekunden angestrebt. Das heißt, die Norm gibt es zwar noch nicht, die wird aber kommen. Genau das haben wir jetzt als Kriterium für unsere Datenbank verwendet, weil wenn wir das schon wissen, warum sollen wir es nicht jetzt schon irgendwie einbauen? Ist ja nicht verkehrt. Man kann es ja direkt machen, dann haben wir am Ende keinen Stress. So, und erfüllt der Wechselrichter das jetzt nicht, also braucht er irgendwie länger, um abzuschalten, dann gibt es so eine mittlere Bewertung. Ja, stellt er auch keine galvanische Trennung her, dann gibt es sogar eine komplette Abwertung, weil das wirklich ein Problem sein kann. Also dadurch hätte der quasi kein Zertifikat mehr und wäre überhaupt nicht gültig und dürfte hier gar nicht zugelassen werden. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, hier seht ihr jetzt die Messung mit meinem Oszilloskop von dem Powerstream. Am Anfang ist da einfach die ganz normale Sinusschwingung, also die 230 Volt bei 50 Hertz Wechselspannung. Also quasi die Steckdosen-Spannung, die könnt ihr hier sehen. Und dann schalte ich den Strom aus. Also einfach, ich drücke einfach den Schalter und der Strom ist weg. So, und dann muss der Wechselrichter jetzt ganz schnell dafür sorgen, dass die Spannung abfällt und zwar ganz schnell. Wie gesagt, 34 Volt nach 200 Millisekunden. So, und wenn wir jetzt hier sehen, erreicht er aber erst die 34 Volt nach 800 Millisekunden und tatsächlich ist das ein Problem. Also zumindest nach der neuen Produktnorm hätte er dann versagt. So, das habe ich jetzt den Leuten von EcoFlow geschickt und die haben mir folgendes geantwortet. Ja, ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Also erstens, die haben sofort eine Krisensitzung einberufen, was ich total krass fand, und haben sich dann mit Technikern zusammengesetzt und dann kamen noch ein paar technische Antworten. Und zwar haben die gesagt, nach aktueller EU-Norm, bla bla bla, ist das alles okay, denn dort werden ja nur 15 Sekunden gefordert. Und das ist tatsächlich richtig. Die neue VDE-Norm schlägt 34 Volt bei maximal 200 Millisekunden vor, aber es gibt sie ja noch nicht. Auch das war richtig. Also das fand ich schon mal cool, dass sie das wissen. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Die haben gesagt, beim nächsten Firmware-Update ist das behoben. Ich fand die Antwort echt in Ordnung. Also ich habe mich gefreut, wir wurden ernst genommen. Da kam auch was zurück, wo man merkt, die haben sich wirklich damit beschäftigt. Ja, dann dachte ich, okay, warten wir mal ab, ob das Ganze behoben wird, also ob das stimmt. So, und jetzt sind ein paar Wochen später. Also jetzt ist der Zeitpunkt. Und jetzt wollen wir mal checken, ob die Wort gehalten haben. So, hier seht ihr jetzt wieder, wie ich das messe. Und ihr seht, das ist nicht nur gelöst worden, das Problem, sondern das ist die schnellste Abschaltzeit, die wir überhaupt gemessen haben. Die lag jetzt tatsächlich unter 10 Millisekunden. Und wir haben bisher, glaube ich, keinen einzigen Wechselrichter, der so schnell abgeschaltet hat. Also keine Ahnung, wie die das jetzt gelöst haben, aber es ist echter Hammer. Also hier auf jeden Fall Daumen hoch. Und der bekommt auch bei uns in unserer Testdatenbank dann jetzt wirklich einen Daumen hoch. Und damit ist das der zweite Wechselrichter, der sich den verdient hat. Und jetzt wirklich ohne Scheiß, ich finde es einfach so unfassbar cool, dass wir hier wirklich was Positives erreichen konnten. Das macht mir wirklich Spaß. Und ich habe auch den Daumen hoch wirklich gerne gegeben, weil ich freue mich einfach. Weil wir haben jetzt hier Kritik geäußert, die ist angekommen, die wurde angenommen und es wurde was geändert. Und ich finde, das ist doch ein ganz, ganz toller Erfolg, den man feiern kann. Und bei AP Systems gab es eine ähnlich geile Story, also im positiven Sinne. Aber vorher möchte ich euch noch erzählen, was ich alles für verrückte Storys als Influencer mitbekomme. Denn es läuft leider nicht immer so gut. Okay, los geht's. Also ich teste nur noch sehr wenig Produkte oder sagen wir mal Produkte von extrem wenig Herstellern. Und jetzt die Frage, warum? Und wie wähle ich die eigentlich aus? Ja, bin ich irgendwie gekauft oder sonst irgendwie was? Kann ich direkt beantworten? Nein, denn ich nehme niemals irgendwie Geld oder sonst irgendwas dafür. Und der Grund ist für mich Unabhängigkeit. Denn ich kann einfach sagen, was ich will. Und wenn das Produkt scheiße ist, dann kann ich das auch einfach so raushauen. Und das ist eine Freiheit, die werde ich mir nicht nehmen lassen. Okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie die Hersteller, also wie zum Beispiel EcoFlow oder sowas, an mich herantritt. Und ich finde es extrem wichtig, dass ihr wisst, wie das abläuft. Ja, denn nur so seid ihr in der Lage zu verstehen, wo eigentlich die Probleme liegen und wie diese ganze Scheiße auf YouTube so zustande kommt. Okay, das sind zwei Wege. Der erste Weg ist über eine Influencer-Agentur. Das zeige ich euch gleich. Der zweite Weg ist der Direktkontakt mit Verbindung zur Technikabteilung. Und fangen wir mal mit dem direkten Weg an. Das ist jetzt das, was ihr eben zum Beispiel gesehen habt, wie zum Beispiel bei EcoFlow oder LP Systems. Und das ist ein guter Weg. Warum? Zieht euch das hier rein. Links seht ihr, da ist der glückliche Influencer, also ich oder zum Beispiel ich. Und der testet jetzt irgendein Gerät und stellt irgendwie Probleme fest. Genauso wie es hier passiert ist, zum Beispiel bei EcoFlow. So, und jetzt habe ich wirklich in WhatsApp einfach einen Kontakt auf dem Handy und kann bei EcoFlow dann wirklich direkt schreiben und sagen, hey Leute, da ist irgendwas nicht in Ordnung, könnt ihr das mal bitte checken. Und da machen die das auch. Die reichen das dann weiter an die Technikabteilung und klären, ob das irgendwie gelöst werden kann oder ob wir auch möglicherweise einen Fehler gemacht haben oder irgendwas nicht bedacht haben. Das kann ja auch sein. Das ist ja nicht alles in Stein gemeißelt, was wir hier messen. Also auch wir machen natürlich Fehler. Und egal wie, es wird irgendwie aufgeklärt und das hilft natürlich extrem weiter. Meistens führt sowas zu einer Verbesserung der Produkte oder es findet einfach dieser direkte Austausch statt. Und das geht alles sehr schnell und Probleme werden sofort an der Wurzel gelöst. Und meistens in ein paar Stunden tatsächlich. Also das geht alles relativ fix bei ordentlichen Herstellern. Also wie gesagt, für mich ist das ein ganz wunderbarer Weg, weil alle davon profitieren am Ende. So, und jetzt gibt es auch den zweiten Weg und zwar über die Influencer-Agenturen. Und die habe ich jetzt auf dem Bild dargestellt durch einen freundlichen Geier. Und das sind genau solche Unternehmen, ja. Ihr seht jetzt hier auch die Statistiken, die die ja auch offen zeigen, dass Millionen von Influencern dort unterwegs sind. Und im Prinzip ist das auch okay. Kann man ja machen, wenn man Werbung machen will. Ich finde es aber problematisch, weil der Influencer, also ich zum Beispiel, habe jetzt nur noch Kontakt zu dieser Agentur. Ja, und weiter komme ich gar nicht. Und du unterschreibst in der Regel auch einen Werbevertrag. Und genau darum geht es dann auch nur noch. Du bist quasi eine lebende Litfaßsäule. Es werden in der Regel gewisse Formulierungen und so weiter festgelegt, die du zu erwähnen hast. Aber hey, es wird ja auch immer gesagt, wir mischen uns nicht in deinen kreativen Prozess ein. Wie viel davon zu halten ist, erkläre ich euch gleich. Wichtig ist jetzt hier aber, du hast praktisch keinen Kontakt mehr zum Hersteller. Und das ist jetzt hier dargestellt durch diese nette Mauer. Persönlich habe ich das genau einmal mitgemacht und das lief gewaltig schief. Als ich dann wirklich ernsthafte Probleme bei dem Produkt gefunden habe, wurde kein Kontakt zum Hersteller hergestellt. Sondern es wurde mir von der Agentur Geld angeboten, damit ich die Fresse halte. Also das fand ich schon wirklich hart. Und ich habe natürlich sofort die Fresse aufgerissen und es auch erzählt. Und die Story ging seit dem Video auch noch weiter. Der Hersteller hat sich dann irgendwann bei mir gemeldet, sich für das Verhalten sogar entschuldigt. Also der Influencer-Agentur und gesagt, wir haben Kontakt zu der Agentur beendet. Okay, fand ich erstmal gut. Wobei mir das eigentlich scheißegal ist. Ich wollte ja nur den Draht zur Technikabteilung und die Probleme direkt kommunizieren. Aber dazu waren die letzten Endes dann auch wirklich bereit. Also das muss man jetzt auch wieder fairerweise sagen. Okay, dann kam irgendwie die ganze Petition und irgendwie so Sachen, die mir einfach die Zeit geraubt haben. Und ich konnte es dann nicht mehr weiterverfolgen. Werde es aber vermutlich bald wieder tun. Jetzt kommt aber noch der absolute Hammer. Und ratet mal, wer mich nach drei bis vier Monaten nochmal angeschrieben hat. Das seht ihr hier. Eine Influencer-Agentur. Und die haben mir jetzt hier wieder angeboten, mit denen zusammenzuarbeiten. Und zwar für die besagte Firma. Ja, wurde dann wieder Geld angeboten und so weiter. Fand ich jetzt irgendwie nicht so toll, weil ich mir irgendwie gedacht habe. Oder ich hatte jetzt so ein bisschen die Sorge, dass sie eigentlich gar nichts daraus gelernt haben. Ich habe mich auch echt verarscht gefühlt, muss ich sagen. Aber gut, am Ende muss man jetzt auch wieder dazu sagen, es kann mir eigentlich egal sein, wenn das Angebot eines direkten Kontakts noch besteht. Also ich halt irgendwie die Technikabteilung erreichen kann. Weißt du, was die anderen machen, ist ja nicht mein Ding. Ich kann jetzt nicht irgendwie alles hier verbessern. Aber das können wir zumindest irgendwie leisten. Ich hoffe, dass das noch stattfinden wird. Ich werde es versuchen. Ja, aber letztlich nutzen leider fast alle Hersteller diese A**-Agenturen. Naja, ich hoffe, ihr habt es ein bisschen verstanden. Denn ich finde es mega, mega wichtig, dass ihr versteht, wie das alles abläuft. Und euch ein Bild von dieser gigantischen Werbemaschinerie im Hintergrund machen könnt. Bevor wir weitermachen, nochmal ganz kurz, in ein paar Wochen kommt auf jeden Fall ein Riesenvideo. Da haben wir viele, viele China-Versender von Lithium-Eisenphosphat-Akkus unter die Lupe genommen. Und wirklich die meisten bei Alibaba und insbesondere bei AliExpress taugen leider nichts. Also da gab es wirklich ganz, ganz ernsthafte Probleme. Also Kanal abonnieren nicht vergessen, damit ihr das nicht verpasst, denn es ist wirklich, wirklich wichtig. Schaut es euch bitte an. Ich habe noch ein sehr schönes Beispiel, und zwar von einem Unternehmen, das sehr positiv reagiert hat. Also wo wir was Gutes erreichen konnten. Und zwar AP Systems. Und das wird euch aber Jens vom Kanal Volt Ampere Lux erzählen, denn er hatte den Kontakt mit denen. Und ist auch einer der Schlüsselpersonen unserer Mikrowechselrichter-Datenbank. Also Jens, leg los. Moin Leute. Ne, ich versuche es mal anders. Hallo, liebe Community. Andreas hat mich gebeten, nochmal ein paar Worte zu AP Systems zu verlieren. Und zwar hatten wir bei unseren eigenen Messungen festgestellt, dass unter Umständen Probleme mit EMV auftreten können. Und das hat dann zu einer Abwertung bei uns in der Liste geführt. AP Systems hat das gesehen und ist selbstständig an uns herangetreten mit eigenen Messungen, die sie bei sich im Labor durchgeführt hatten. Und da sah das Ganze eigentlich viel besser aus. Die haben dann trotzdem nochmal ein externes Labor beauftragt, ein zertifiziertes Labor, um diese Messungen zu bestätigen. Und das war dann alles in Ordnung. Und sogar haben die nochmal in einem eigenen Labor nochmal eigene Messungen gemacht, die dann mit unseren Messungen auch von der Messdurchführung besser übereingestimmt haben. Und das war auch alles super. Von daher konnten wir dann den Wechselrichter wieder um eine Stufe hochstufen. Der ist jetzt also auf Daumen hoch in Klammern. Und ich finde, das ist ein super Beispiel, wie das so an Interaktionen mit dem Hersteller gut funktionieren kann. Und somit auch vielleicht Messungen, die dann irgendwie strittig sind, dass die dann aufgeklärt werden und am Ende dann ein gutes Ergebnis für alle Seiten bei rauskommt. Ja und zudem hat RP-Systems jetzt noch ein neues Team für Europa installiert. Und zwar für den Kundensupport, für Business Development und für Vertrieb. Und die Leute sind auch mit uns in Kontakt getreten und waren sehr kommunikativ. Und ich finde, das ist eine super Verbesserung gegenüber der Vergangenheit, wo es ein bisschen schwierig war, überhaupt den Support von RP-Systems zu erreichen. Von daher, gute Sache für RP-Systems und weiter so. Und vielleicht können sich ja noch andere Hersteller da ein Beispiel dran nehmen. Ja, Fazit. Mich freut es ungemein, dass wir mit unserer Datenbank was Positives erreichen konnten. Denn die ersten Hersteller haben reagiert, traten mit uns in Kontakt und haben ihre Produkte verbessert oder uns einfach auch vom Gegenteil überzeugt. Und das aber wirklich mit guten, echten Daten. Und ich finde, wirklich mehr kann man nicht erwarten, ja. Von den Behörden vielleicht. Aber keine Ahnung, ich glaube, bis die überhaupt mitbekommen, was abgeht und geklärt haben, wer dann zuständig ist, also dann schön alles hin und her schieben. Dann sind wir schon lange fertig und das in unserer Freizeit. Das finde ich absolut peinlich. Aber was soll's, wir rocken das im Notfall auch alleine. Und wir auch Bis zum nächsten Mal.